Der mutige Fahrer zieht die Kette bis raus ins Wasser. Und an der Kette kann sich der Landy-Fahrer retten, aber am besten ist es auch nicht so geschickt, weil jetzt ist der da und der da drüben, das befestigt der die Kette am Landy. Alle Personen und Fahrzeuge gerettet. Der Toadshook kann wieder in seine Basisstation zurückfahren. Wir brauchen aber auch mal so eine Toadshook-Station. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017